Meinst du das jetzt ernst? Was soll denn der Scheiß jetzt? Na also, das kann man doch nicht saufen. Ihr möchtest doch nicht alle das nicht im Schrank rum. Ihr spinnt aber, ihr könnt mir nicht so ein Bier vorsetzen. Komm Seppel, wir gehen. Ich möchte nicht, dass das veröffentlicht wird.